ja heute melde ich mich zurück mit einem kleinen gewinnspiel und zwar anlässlich meiner 1111 facebook likes oder facebook follower abonnenten habe ich ein bisschen mehr druck aber 1111 likes dafür möchte ich mich bei euch kranken es gibt hier eine kleinigkeit zu gewinnen und was das ist das liegt genau was könnt ihr eigentlich hier im einzelnen gewinnen ja es ist ziemlich cooles zeug ehrlich gesagt und zwar einmal hier von außen haben wir das aus mit einem snapback cap aus kudi und das t-shirt das ganze könnt ihr dann in der geilen aus tragetasche nach hause schleppen wenn ihr es gewinnt und dann gibt es hier noch bereitgestellt von noiseplorer gibt es hier zwei noiseplorer black silent pro 140 mm zu gewinnen und zwei der begehrten elups in 120 mm und schwarzweiß auch jeder der elups kennt die meisten zu schätzen und ja wie könnt ihr das gewinnen das ist eine ganz einfache sache teilt einfach hier meinen beitrag mit dem video like den beitrag hier auf facebook und dann seid ihr schon dabei das einzige ist das gewinnspiel begrenzt sich auf deutschland und benachbarte eben länder ich schreibe das ganze auch noch mal in englisch in die beschreibungen rein beziehungsweise auch in englischen untertitel erstellen ich wollte euch mein englisch heute mal ersparen das ist nicht so besonders gut wenn ich jetzt englisch redet das ganze mal auf deutsch und ja dann teilt den beitrag fleißig bleibt ihnen seid dabei beim gewünnspiel und ich wünsche euch viel erfolg das ganze läuft bis 15. august habe ich mir so gedacht bis Mitte august und ich werde dann per zufallsprinzip auswählen werden hier die ganzen sachen gewinnt also das werden drei gewinner wird es geben ein gewinner wird die beiden 140er pro gewinnen ein gewinner wird die beiden die 120er pro gewinnen und ein gewinner wird natürlich das aus euch gewinnen da wünsche ich euch viel erfolg und ja bleibt dran bei mir auf meiner seite aktuell habe ich jetzt warte ich auf meine distribution plate die ist jetzt schon fertig gefräst dann werden noch meine beiden accue terminals für die deep killer gpu gefräst und das ganze wird dann zusammen mit ok zu mir geschickt ja wenn die sache hier wenn die sachen hier eintriften dann vielleicht dazu auch ein kurzes video machen und die sachen mal so ein bisschen zeigen weil gefrästes zeug ja immer geil raus und das will ich euch nicht vorenthalten bevor ich die ganze sache dann verbaue ja dann bedanke ich mich dass ihr hier meine seite verfolgt kann ich mich bei allen 1111 like an von meiner page hätte ich nie gedacht dass ich mal so viele leipzig habe ich glaube ich letztes jahr im august im augustzeichen november noch 350 gehabt oder so und das ist schon eine coole sache ich freue mich dass euch meine arbeit so gefällt und hoffe auch dass meine zukünftigen projekte bei euch gut ankommen ich hab da schon ein bisschen was im kopf muss jetzt aber erstmal eins fertig machen und wird nämlich dann der anderen sache die dann wahrscheinlich auch etwas länger dauert ja dann bis zum nächsten mal hier auf kassengriffs und viel glück allen beim gewünschten spiel bis dann ciao